Die Spiders Die Usergruppen und selbstbezüglichen Chatrooms Und tauchen hinunter in wimmelnde Finsternis So tief, dass sie zwischen zweckentfremdeten Von Cyberschlägern bewachten Blocks voller Adressräume Dahingleiten Zwischen Spammerzentren und Videospielen Die noch zu gewalttätig, zu anstößig oder zu überwältigend Schön für die gegenwärtigen Marktkriterien sind Sie ist überrascht, wie belebt es hier unten ist Tief unter den Spidern Abenteurer, Pilger Auf Familienabhanagen angewiesene Exilanten Liebespaare auf der Flucht Claim-Betrüger, Perverse und Verwirrte Sowie zahlreiche neugierige Entrepreneurs Es ist noch immer unberührtes Land Man denkt, das hört nie auf Aber die Kolonisten sind schon unterwegs Es gibt schon ein halbes Dutzend finanziell gut ausgestattete Projekte Zur Entwicklung einer Software Die das Deep Web durchsucht Als das Internet noch ein Traumgebiet war Eine Welterweiterung Ein Fluchtraum Zumindest stellt sich der amerikanische Schriftsteller Thomas Pynchon das Deep Web so vor Sein Roman Bleeding Edge erzählt von einem virtuellen Märchenwald Einem belebten Cyberspace Einer digitalen Unterwasserlandschaft, die man als Avatar bereist Als künstliche Person Ein Pixelwesen der virtuellen Welt Als Cyberpuppe Pynchon erzählt auch die Geschichte einer feindlichen Übernahme Erzählt davon, wie das Internet von einer Art kommunikativen Utopie Zu jenem annähernd totalitären Überwachungsapparat von Geheimdiensten und Technologiekonzernen verkommt Wie er mittlerweile auf unheimliche Weise realisiert worden ist Ich hab bloß dieses seltsame Gefühl, was das Internet betrifft Dass es nämlich vorbei ist Und zwar nicht wegen der Tech-Blase oder dem 11. September Sondern wegen irgendwas Fatalem in seiner Geschichte Das von Anfang an da war Du klingst wie mein Vater, Eric Sieh es dir doch an Jeden Tag mehr Loser als User Tastaturen und Bildschirme verwandeln sich in Portale für Websites Wo man lauter Zeug kriegt Nach dem laut Beschluss des Managements alle süchtig werden sollen Shoppen Daddeln Abspritzen Endloses Streamen von Müll Ui, Eric, harte Worte Wie wär's mit ein bisschen von dem, was der Buddha Mitgefühl nennt Während alle anderen immer lauter vom freien Internet schreien Und gleichzeitig immer mehr davon den bösen Buben übergeben Pinchin weiß natürlich auch, dass das reale Deep Web Zunächst einmal jener Teil des Netzes ist, der durch Suchmaschinen nicht erfasst wird Er enthält riesige Archive Man denke nur an die Datensammlung der NSA Aber auch an die Wetterdaten der NASA An alle nicht indexierten Webseiten Und die Myriaden vertrockneter Links In denen manchmal überraschenderweise doch noch ein paar Bytes summen Das Deep Web soll mehr als tausendmal größer sein als das Internet Das wir täglich durchpflügen Doch in den Tiefen des Deep Web Findet sich noch ein Netzwerk Das sich den alten Idealen einer globalen und freien Kommunikation Aller mit allen verschrieben hat Das TOR-Netzwerk Der Quellcode ist für alle einsehbar Und jeder, der dabei mitmacht, hilft dem Projekt Und macht das Netzwerk stärker Jakob Applebaum, einer der Entwickler von TOR Das Wort TOR setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben von The Onion Router, der Zwiebelrouter TOR ist ein Netzwerk aus virtuellen Tunneln Das es Einzelnen und Gruppen erlaubt Ihre Freiheit und Sicherheit im Internet zu verbessern Individuen nutzen TOR Um sich und ihre Familien vor Nachstellungen im Netz zu schützen Oder um sich mit Webseiten zu verbinden Die von den lokalen Internetprovidern gesperrt sind Jeder kann damit kommunizieren Ohne eine Datenspur zu hinterlassen Die hinterher gegen einen verwandt werden könnte Es gibt jedem seine Stimme Journalisten benutzen TOR Um sicherer mit Whistleblowern oder Dissidenten zu kommunizieren So hat zum Beispiel Chelsea, alias Bradley Manning Der nach Edward Snowen bekannteste Whistleblower Dem Gericht erklärt, dass er TOR benutzt hat Um Wikileaks Dokumente zuzuspielen Sagt Joachim Selzer vom Chaos Computer Club Wikileaks lief über TOR Und es gibt ja auch Nachfrageprojekte Es gibt jetzt dieses Global Leaks Und es gibt Drop Secure heißen die Die bieten auf der gleichen Idee basierend tote Briefkästen an Also ich habe auf der einen Seite irgendwelche Journalisten Die ihren öffentlichen Key auf solchen Servern ablegen Dann kann ich die Adresse bekannt geben Und ein Whistleblower kann sich anschließen Ja, ich gehe jetzt auf diesen Server rauf Verschlüssel für Journalistin X eine Nachricht Die bekommt dann wiederum eine Mail Achtung, da ist für dich was eingetroffen Guck da mal rein Und im Idealfall sieht es halt so aus Dass auch der Administrator eines Servers Nicht sehen kann Von wo kommen Leute, wohin gehen sie Und welche Daten tauschen sie aus Ohne das TOR-Netzwerk wäre die Arbeit Investigativer Journalisten unmöglich Und ich hätte natürlich auch mit Edward Snowden Keinen Kontakt aufnehmen und mit ihm arbeiten können Ich danke von Herzen all denen Die das möglich gemacht haben Und die daran mitgearbeitet haben Die Regisseurin Laura Poitras Die für ihren Film Citizen Four über Edward Snowden Einen Oscar erhielt Immer wenn ich mit Snowden sprach Monate bevor ich ihn schließlich in Hongkong traf Haben wir über TOR kommuniziert Er hält TOR für absolut überlebensnotwendig Um seine Privatsphäre vor Überwachung zu schützen Und für Snowden ist es das einzige Tool Ich kenne Beispiele, was passiert, wenn Journalisten auf TOR verzichten Ich darf hier nicht in die Details gehen Aber es gibt einen sehr bekannten Investigativen Journalisten, der TOR nicht benutzt hat Und dessen Kontakte sofort aufgeflogen sind Also ich kann Ihnen nur sagen Ohne TOR könnten wir nicht weiterarbeiten Doch wie das so ist mit der Freiheit Sie nimmt sich gelegentlich Freiheiten heraus Die nicht vorgesehen waren Und so haben sich im TOR-Netzwerk Eine ganze Reihe von sogenannten Hidden Services Von verdeckten Diensten, geheimen Diensten Gewissermaßen angesiedelt Die die Anonymisierungsmöglichkeiten von Toren nutzen Und von Drogen bis Waffen Von Kinderpornografie bis zum Auftragsmord So ziemlich alles offen anbieten Was in der Oberwelt in keinem Schaufenster zu finden wäre Diese klar kriminellen Angebote Haben dem TOR-Netzwerk den Namen Dark Web eingebracht Dealer, Waffenhändler und Rechtsradikale auf der ganzen Welt Teilen sich also ihre Kommunikationswege Mit Oppositionellen, etwa aus Syrien Wie zum Beispiel Rin Alassil Die TOR 2011 kennenlernte Die Überwachung ist in Syrien ein Riesenproblem Für alle Aktivisten Eigentlich für alle Denn die Geheimdienste beobachten den gesamten Mailverkehr Und sie durchsuchen deinen Facebook-Account Um rauszukriegen, wer du bist und was du machst Als ich verhaftet wurde, habe ich abgestritten Irgendwas mit der Opposition zu tun zu haben Dann haben sie versucht, mich einzuschüchtern Und behauptet Wir wissen alles über dich Also raus mit der Sprache Aber ich wusste, dass die nichts hatten Weil ich TOR benutze Ich war ein unbeschriebenes Blatt für die TOR hat mich also vor ihnen gerettet China zum Beispiel Greift regelmäßig das TOR-Netzwerk an Und versucht es zu stoppen Das heißt, sie greifen nicht direkt uns an Sondern Leute, die in China TOR benutzen Auch Wikileaks-Gründer Julian Assange Kommuniziert ausschließlich über TOR Verschlüsselung und Anonymisierung kamen nicht aus dem Nichts Das war eine lange und schwierige Suche Die freie und anonyme Kommunikation von Individuum zu Individuum TOR war das erste anonyme Protokoll, das das Gleichgewicht hergestellt hat Und dann gibt es noch eine andere Spezies von TOR-Usern Ja, Sicherheitsbehörden nutzen sicher auch TOR Um anonymisiert Dinge zu tun Michael George Cyberspezialist beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz Cyberspace consists of transactions Relationships And thought itself Very like a standing wave in the web of our communications Der britische Netzjournalist Jamie Bartlett Hat kürzlich ein Buch über The Darknet veröffentlicht Indem er das Personal des digitalen Underground beschreibt Das Darknet ist für mich mehr eine Idee als ein besonderer Platz Es ist eine eigene, abgegrenzte Unterwelt Die mit dem Internet verbunden ist, das wir kennen Eine Welt vollständiger Freiheit und Anonymität Wo die Benutzer sagen und tun, was ihnen gefällt Meist unzensiert, dereguliert und außerhalb der gesellschaftlichen Normen Physikalisch gesehen sind es immer noch Rechner, die im Internet stehen Die immer noch über ein Internetprotokoll miteinander reden Aber es ist ein logisch und kryptografisch vom restlichen Internet abgetrenntes Subnetz Joachim Selzer vom Chaos Computer Club Der Kopf hinter dem aktuellen Tor-Projekt ist vor allen Dingen eben Jack Applebaum Der auch sich viele neue Ideen hat einfallen lassen, um zum Beispiel in China die Benutzung von Tor-Weitern zu ermöglichen Jacob Applebaum, 32, US-Amerikaner, ist nicht nur ein genialer Programmierer Er kämpft auch für die alte Internet-Utopie von der freien, großen und globalen Kommunikation Hier bei seinem Auftritt vor dem Chaos Computer Club Wir müssen den politischen Kontext der Situation beinahmen Besonders nach dem Snowden-Sommer 2013 Wir müssen verstehen, dass wir sonst keine Mittel haben, uns gegen NSA und GCHQ zu wehren Überhaupt keine Die Lösung besteht nicht in einer Aufteilung, hier sind die Guten da die Bösen Ihr da auf der linken Seite, ihr habt kein Recht auf freie Kommunikation Genau das sagen wir nicht Wir sagen, die Redefreiheit aller praktisch zu ermöglichen und zu schützen ist unser zentrales Anliegen Das ist unsere Art von Politik Jake Applebaum hat so seine Erfahrungen gemacht mit den Grenzen der Freiheit in der sogenannten freien Welt Er hat früh Wikileaks unterstützt und mit Julian Assange zusammengearbeitet Mehrfach wurde Applebaum von amerikanischen Behörden festgehalten Wurden sein Computer und sein Handy beschlagnahmt Mittlerweile lebt er in Deutschland Aber auch hier kann er sich nicht in Sicherheit wiegen Im Dezember 2013 drangen Unbekannte in seine Berliner Wohnung ein und versuchten seinen Rechner zu manipulieren Die Bösen, wer oder was auch immer damit gemeint sein mag, haben jede Menge Möglichkeiten Aber die meisten von uns haben sehr wenige Optionen, um sicher zu surfen Hinter Tor selbst stecken Privatleute Pikanterweise wurde die Entwicklung von Tor sogar von der NSA mit vorangetrieben Weil die gesehen haben, oh da ist ein Netzwerk, mit dem könnten wir Datenverkehr anonymisieren Unter anderem könnten wir damit unsere eigenen Aktionen anonymisieren Das heißt im Tor-Projekt steckt eben auch Geld vom jetzigen Feind mit drin 2002 wurde die Alpha-Version von Tor veröffentlicht Das United States Naval Research Laboratory hat in den ersten Jahren die Entwicklungsarbeit im großen Stil unterstützt Heute ist das Tor-Projekt eine private Stiftung Dabei gibt es allerdings noch ein pikantes Detail, das einiges über die ziemlich verworrene Gefechtslage besagt Bis heute stammen 60% der Mittel des Tor-Projekts von der US-Regierung Einerseits ist die Unterstützung durch die Regierung prima Denn vieles von dem, was Tor in den letzten Jahren gemacht hat, wurde von Leuten entwickelt, die Vollzeit daran arbeiten konnten Und sich keine Sorgen um die Miete oder um eine Mahlzeit machen mussten Erklärt Roger Dingeldein, einer der maßgeblichen Entwickler von Tor, auf einer Tagung des Chaos-Computer-Clubs in Berlin Auf der anderen Seite ist das natürlich auch schlecht Spender könnten ja auch Einfluss auf die Arbeit nehmen Aber es gibt keine Leute, die kommen und sagen Hier habt ihr einen Haufen Geld, baut uns mal eine Hintertür ein Wir werden niemals so eine Backdoor in Tor einbauen Auch wenn die Macher über jeden Zweifel erhaben sind, muss man sich fragen, was die US-Regierung bewegen mag, sehenden Auges in ein Unternehmen zu investieren Das ausdrücklich seine Aufgabe darin sieht, den tendenziell totalitären und globalen amerikanischen Überwachungswahn zu unterlaufen Die erklärte Absicht der amerikanischen Regierung bestand darin, sagt Markus Hartmann, Cyberspezialist bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln Dass im Zuge der Sicherung freier Meinungsäußerung und Meinungsentfaltung die Finanzierung von Tor dazu dient Etwa den sprichwörtlichen Dissidenten in China oder in anderen Situationen eine ungestörte und nicht zensierbare Kommunikation zu ermöglichen Wie schon so oft haben auch hier die amerikanischen Geheimdienste einen ihrer erfolgreichsten Gegner selbst erschaffen Jacob Applebaum Auf der einen Seite haben diese Leute Tor aufgebaut, weil sie an die Anonymität glauben Auf der anderen Seite halten sie mich auf Flughäfen fest und bedrohen mich Einer sagte zu mir, was du im Iran und in China machst, das hilft den Leuten, aber warum musst du das auch hier machen? Was in China oder im Iran die Freiheit fördern soll, wird im eigenen Land feindselig betrachtet Die NSA will alles sehen, angeblich im Namen der Sicherheit Wir haben ein Mädchen in Syrien, das heute noch lebt, weil seine Familie über Tor sicher kommunizieren konnte Die syrische Polizei hat es nicht finden und deshalb nicht umbringen können Auf der anderen Seite haben wir ein Mädchen in Amerika, das von einem Spinner im Internet belästigt wird und dessen man nicht habhaft werden kann, weil er Tor benutzt Die Frage ist jetzt, wie gewichten wir das? Welchen Wert geben wir dem Mädchen in Syrien? Welchen Wert dem Mädchen in Amerika? Dann können wir entscheiden, was wichtiger ist Die Antwort lautet aber, vergesst diese Alternative Darum geht es nicht Wenn Sie unerlaubte Dinge tun wollen oder sich nicht an die sozialen Regeln halten, haben Sie jede Menge Möglichkeiten dazu Aber wenn Sie nicht überwacht werden wollen, gibt es nur Tor Das Prinzip von Tor ist ja, ich habe diese drei Rechner auf dem Tor-Netzwerk, bei denen ich den einen vom Reinkommen ins Netzwerk benutze Der mittlere reicht praktisch die Anfrage weiter und der sogenannte Exit-Node, der letzte Server, der reicht die Anfrage wieder raus ins normale Internet Die Tor-Software kann sich jeder kostenlos aus dem Netz runterladen und selbst installieren Das funktioniert so einfach wie schnell Es empfiehlt sich dabei, den Browser von Firefox mit einem vorinstallierten Tor-Client zu nehmen Denn die Entwickler von Firefox und Tor arbeiten zusammen und sind beide den Idealen eines freien Internets verpflichtet Die Tor-Clients sind zum Beispiel auch so aufgebaut, dass die versuchen, sich drei Nodes zu nehmen, die in unterschiedlichen Ländern stehen Um die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Maschinen von derselben Organisation kompromittiert wurden, einzudämmen Theoretisch kann jetzt Lieblingsfeind NSA auf allen drei Maschinen sitzen Aber wenn ich mir jetzt weiß, ich einen Rechner in Deutschland schnappe, einen auf Island und einen in Russland Ist die Gefahr gering, dass alle drei Rechner kompromittiert wurden Diese findenreichen Umwege kosten allerdings auch ein bisschen Geschwindigkeit Dazu kommt, dass Tor alle zehn Minuten seine Wege ändert Auch wenn am anderen Ende der Leitung immer derselbe Empfänger sitzt Tor verschlüsselt den Datenstrom bis zum sogenannten Exit-Node Also ich tauche ins Tor-Netzwerk ein Der sogenannte Eingangsknoten kann nicht lesen, was ich tue, aber er sieht, woher ich komme Da kommt eine Anfrage an, die er selbst nicht lesen kann Und mit der er jetzt auch nicht viel mehr anfangen kann, als sie einfach weiterzureichen Der sogenannte Middle-Node, der sieht eine Anfrage kommend vom Eingangsknoten Die er auch nicht lesen kann Und er weiß nur, dass er sie zu diesem Exit-Node weiterreichen kann Der Exit-Node sieht, oh da kommt eine Anfrage aus dem Tor-Netz Kann sie lesen, sieht auch wohin sie geht Aber da er nicht sieht, woher die Anfrage kommt, kann er diese Anfrage keiner Original-IP-Adresse zuordnen Tor verschlüsselt allerdings nur die Adresse von Absender und Empfänger Die Nachricht selbst könnte jeder lesen, der Zugang zu einem Tor-Server hat Die Verschlüsselung der Nachricht ist dann noch einmal ein eigener Arbeitsgang Technisch gesehen hängt hinter der ganzen Sache eine Dreifachverschlüsselung Die dann praktisch von jedem weiterreichenden Knoten um eine Verschlüsselungsebene erleichtert wird Also der erste Knoten bekommt eine dreifachverschlüsselte Anfrage, von der er den äußersten Layer entfernen kann Der mittlere Knoten bekommt eine zweifachverschlüsselte Nachricht, von der er wiederum den äußersten Layer anfahren kann Und der Exit-Node bekommt dann eine einfachverschlüsselte Nachricht, von der er wiederum diesen letzten Krypto-Layer entfernen kann Und diese Anfrage schickt er dann raus ins Netz Und deswegen heißt es eben auch Tor, die Onion-Router Weil sich praktisch diese drei Verschlüsselungsebenen wie so eine Zwiebelschale um die eigentliche Nachricht legen Das Netzwerk besteht im Moment aus über 6000 Servern, die Privatleute freiwillig und auf eigene Kosten betreiben Diese Server stehen in unterschiedlichen Ländern, die meisten in Nordamerika Ich kann jederzeit Teil dieses Netzwerks werden, wenn ich will Also wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich möchte das Tor-Netzwerk unterstützen, dann baue ich mir einen eigenen Server da auf Was natürlich zugleich auch eine Schwachstelle des Systems darstellt Niemand kann garantieren, ob nicht einige oder sogar viele Server von Geheimdiensten oder den sogenannten Sicherheitsbehörden betrieben werden In Deutschland ist der Fall des Göttinger Studenten Sebastian Hahn bekannt geworden Dessen Tor-Server von der NSA gehackt worden ist Obwohl Sebastian Hahn weder dunkler Geschäfte noch extremistischer Aktivitäten verdächtigt wurde Es ist ein Rieseneingriff in meine Privatsphäre, dass alle Verbindungen, die ich mit einem Server, den ich selber betreibe, in Deutschland mitgeschnitten werden Von einem ausländischen Geheimdienst Markus Hartmann, Cyberexperte bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln, versichert allerdings, dass das Tor-Netzwerk nicht Gegenstand eines Generalverdachts sei Es ist nicht Aufgabe der deutschen Strafverfolgungsbehörden, sozusagen Grundsatzspionage in irgendwelchen Bereichen zu betreiben Sondern wir sehen den jeweiligen Einzelfall Und wenn sich im Rahmen der Gegebenheiten des Einzelfalls technische Ansatzpunkte ergeben, um Ermittlungen sinnvoll durchzuführen Dann nutzen wir das, sofern das mit den Möglichkeiten der Strafprozessordnung umsetzbar ist Hartmann kann natürlich nur für die deutschen Strafverfolgungsbehörden sprechen Unklar bleibt, warum die deutschen Staatsanwälte nicht gegen die NSA ermitteln Die im Falle des gehackten Servers von Sebastian Hahn eindeutig und vorsätzlich gegen deutsches Recht verstoßen hat Der IT-Experte des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz, Michael George, ist sich keineswegs sicher Ob Geheimdienste einige Tor-Server nicht doch weltweit unter Kontrolle haben Auch ohne konkreten Verdacht, etwa auf terroristische Tätigkeit Wenn Sie die Ausgangsknotenpunkte von Tor besitzen, dann können Sie diese Anonymität zu einem gewissen Grad rückgängig machen Und so glaube ich bestimmt, dass einige der Ausgangspunkte von Nachrichtendiensten besetzt sind Jake Applebaum selbst weiß, dass Angreifer aller Art immer wieder Lücken entdecken oder schaffen Wir haben den Snowden-Sommer auch nicht ohne Schäden überstanden Sie haben einige Tor-User dranbekommen, aber sie konnten nicht alle kriegen Das ist das Wichtige Wir haben deren Spielregeln verändert Applebaum und Designen tüfteln pausenlos an Verbesserungen ihres Netzwerks Vor allem an dessen Unangreifbarkeit Trotzdem erklärt Staatsanwalt Hartmann Es gibt technische Möglichkeiten, ohne dass ich die im Einzelnen hier erläutern könnte Wie auch im Bereich des Tor-Netzwerkes erfolgversprechende Ermittlungen zu führen sind Das ist technisch durchaus aufwendig Es ist auch nicht frei von Risiken, ob ein Ermittlungserfolg gelingt oder nicht Aber wer als Straftäter von der Annahme ausgeht, allein durch die Nutzung von Tor sei er quasi von der Strafverfolgung freigestellt und könne nicht gefunden werden Den kann ich nur vorwarnen und enttäuschen, das ist nicht so Wie Hartmann selbst einräumt, sind solche Ermittlungen ungeheuer aufwendig und nicht immer erfolgreich Man muss aber auch wissen, dass die Sicherheitsbehörden nicht verraten, ob ihre Erfolge darauf beruhen die Tor-Kommunikation geknackt zu haben oder ob nicht klassische Ermittlungsarbeit zu Tätern die Torbenutzen geführt hat Das gehört zu den laufenden Crypto-Wars zu den digitalen Kriegen im Netz die sich seit geraumer Zeit Aktivisten eines freien Internets mit den verschiedenen Überwachungsbehörden liefern Man lässt den jeweiligen Gegner gerne über den Stand der Erkenntnisse im Dunkeln Bereits im Zweiten Weltkrieg haben Engländer und Amerikaner ganze Schiffe geopfert um die Deutschen darüber hinweg zu täuschen, dass man den Code der Enigma geknackt hat jener sagenhaften Chiffriermaschine des Deutschen Reiches Joachim Selzer ahnt die Macht der Angreifer und kennt die Macht der Angreifer die Schwächen jedes noch so raffiniert verschlüsselten Netzwerks und dennoch Im Moment ist nichts besseres absehbar Also das Schöne an Tor ist vor allen Dingen immer auch die Flexibilität weil alle Leute, die wollen, einfach mal schnell sagen können Sie bauen Tor-Knoten auf Es ist ein System, das auf maximalen Misstrauen aufsetzt Ich muss nicht mal den Betreibenden einzelnen Tor-Knoten vertrauen sondern ich muss nur der Mathematik hinter Tor vertrauen und ich muss darauf vertrauen, dass die drei Knoten, die ich jetzt mir ausgesucht habe und nicht miteinander kooperieren Wer seinen Tor-Browser öffnet, wird gleich mit dem Hinweis begrüßt dass die Anonymität, die Tor zu schaffen verspricht nur so lange gewahrt bleibt wie sich Nutzer an bestimmte Regeln halten Es gibt mehrere Grenzen Eine der Grenzen ist, dass der Server nach wie vor also der Server, auf den ich zugreife versuchen könnte, mich zu entanonymisieren und zwar indem er irgendwelche aktiven Inhalte auf meinem Browser ausführen lässt die dann meine Adresse rausrücken Das heißt, jetzt einfach zu sagen Oh, ich habe Tor, ich bin jetzt anonym unterwegs ist zu naiv Jeder Computer funkt ständig unaufgefordert Daten Außerdem können auf jedem Rechner längst Trojaner oder andere Spionageprogramme ihres Amtes walten Dagegen kann man sich allerdings auch wieder wappnen wenn man nämlich seinen Rechner von einem USB-Stick aus startet der mit einem eigenen Betriebssystem namens Tails operiert Der Vorteil bei Tails ist, dass ich da ein komplettes System starte das von vornherein darauf optimiert wurde dass ich anonym mit Tor surfen kann Da ist automatisch ein Mail-Client installiert mit dem ich verschlüsselt mailen kann Da ist ein Passwortspeicher installiert Da ist Plattenverschlüsselung drauf Und das Schöne an Tails ist Ich starte von meinem USB-Stick und hinterlasse auf der Platte meines Rechners keine Spuren Heißt, nach Ende der Sitzung sieht man dem USB-Stick nicht an welche Seiten ich überhaupt besucht habe Und man sieht auch dem Rechner logischerweise nicht an wo ich gewesen bin Sondern der Stick ist in dem Moment, wo ich ihn abziehe genauso jungfräulich wie am Anfang der Surf-Sitzung auch Mit dem Tor-Browser kann man relativ sicher durch sogenannte ClearNet Also unser normales Netz surfen Aber man muss gar nicht auftauchen aus dem DarkNet Denn hier unten gibt es fast alles Das DarkWeb ist vor allem ein Einkaufsparadies für verbotene Waren und Dienste Und dann versammelt es auch so etwas wie Genossenschaften unter dem Dach verschiedenster Anbieter Eine der bekanntesten war bis vor kurzem Silk Road Der britische Journalist Jamie Bartlett hat sich da getummelt Silk Road ist einer von vielen Marktplätzen, die im Tor-Netzwerk sogenannte Hidden Services anbieten Verbotene Dienste Sie operieren also im Verborgenen Und deshalb ist es so schwer, diese Seiten zu schließen Das Verblüffende ist, wenn Sie sich da einloggen, wie vertraut das alles aussieht Jeder, der schon mal bei Amazon oder Ebay war, weiß sofort, wie man sich da bewegt Der einzige Unterschied sind die Produkte, die da angeboten werden Das sind nicht nur Drogen Die sind wohl das Hauptgeschäft Aber es gibt da alles Und wissen Sie, was im letzten Jahr da das beliebteste Angebot war? Gefälschte 20 Pfund Supermarktgutscheine für 8 Pfund das Stück Doch um den Weg zu den Händlern zu finden, braucht man erstmal ein Adressenverzeichnis Zu finden unter Hidden Wiki Und die Adressen sehen ganz anders aus als im bekannten Internet Wer zum Beispiel zqktlwi4fecvo6ri.onion in die Adressleiste seines Tor-Browsers eingibt Gelangt gewissermaßen auf das Händlerverzeichnis des Tor-Netzwerks Und hier öffnet sich dann feinsäuberlich, akkurat und übersichtlich in Kapitel aufgeteilt das Angebot Gleich zu Anfang stehen Links zu eigenen Tor-Suchmaschinen Und kaum zu glauben, hier unten gibt es auch schon ein Onionland Museum Das allerdings noch einer Kuratierung bedürfte Bislang verbirgt sich dahinter wenig mehr als eine löchrige Chronologie des Netzwerks Wer im Inhaltsverzeichnis ein bisschen runterscrollt Stößt bald auf die umfangreiche Drogenabteilung Zum Beispiel auf den Link zu einem Drug Market Man muss sich mit einem fiktiven Namen registrieren Dann öffnet sich das Schaufenster auf über 14.000 Angebote verschiedener Anbieter Auch hier wird wieder ordentlich in Warengruppen unterteilt Beginnend mit der größten Abteilung, den Cannabis-Verkäufern Gras, Haschisch, Haschischöl, Majun In über 3000 Varianten Die nächst große Abteilung bietet Ecstasy-Pillen in allen Farben, Größen und Mengen an Es folgen Ketamin, Heroin, Kokain, Psychedelika, Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Betäubungsmittel und, und, und Jeweils ordentlich mit Preisen ausgezeichnet, Rabatt bei Abnahme größerer Mengen Alles sehr übersichtlich und freundlich Ich habe ziemlich genau die Angebote studiert, um ein ganz klein bisschen Marihuana zu kaufen Musste ich wegen des Buches machen Und es war auch nur ganz wenig Wollte ja nicht gleich im großen Stile kriminell werden Und so habe ich den verschiedenen Anbietern Mails geschickt Und die haben wunderbar höflich geantwortet Beraten einen Bedanken sich für die Anfrage Empfehlen dies und das als besonders gut für jemanden wie mich Herzlichen Gruß und so weiter Das ist unglaublich Du bist der Kunde Du bist der König Die Anbieter heißen Turkeyman, Capricorn oder Arbeitsamt 100 Und versprechen binnen zwei bis drei Tagen, wohin auch immer zu liefern Sofort nach Eingang der Bezahlung Und hier beginnt das Problem Von Turkeyman, Capricorn oder Arbeitsamt 100 Gibt es nur eine Toradresse und sonst nichts Der Kunde erfährt nicht einmal, wo diese Herrschaften sitzen Wenn sie überhaupt irgendwo sitzen Und hier kommt dann eine fast schon archaische Kategorie zum Zuge Die man in dieser Unterwelt am wenigsten vermutet hätte Vertrauen Und das höchste Gut in diesen Kreisen ist ein Markenname, dem man vertraut Silk Road zum Beispiel Jeder der von Silk Road spricht, betont wie clever das alles gemacht ist Da ist der Tor Browser Dann bezahlst du mit Bitcoin, also mit diesem virtuellen Netzgeld Dessen Spuren nur sehr schwer zu verfolgen sind Alles läuft über Verschlüsselung Auch wie du deine Adresse hinterlegst zum Beispiel Das ist alles wirklich ziemlich ausgeklügelt Aber der wahre Trick, das Geheimnis von Silk Road ist Kundendienst Das hält den Laden zusammen Das ist wie bei Ebay ein ausgezeichnet funktionierender Marktplatz Hunderte Verkäufer bieten tausende von Produkten an Das Entscheidende ist Der Kunde bewertet wie bei Amazon Die Kunden werden geradezu genötigt, eine Bewertung abzugeben Wie war die Verpackung? Kam die Lieferung rechtzeitig? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Wettbewerb, Angebot und Nachfrage So funktioniert ein guter Markt nun mal Die Preise sinken und die Qualität steigt Und ich muss sagen Die Drogendealer von der Silk Road sind so aufmerksam und höflich Wie man sich das nur wünschen kann In Silk Road ist Drogenkampf eine relativ sichere Sache Der Reinheitsgrad ist einigermaßen zuverlässig Und das ist nicht unwichtig, weil eine Menge Leute sich Überdosen einpfeifen, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie da gekauft haben Und das ist auch für Konsumenten ziemlich anziehend Bei Silk Road bekommen sie eine Art Qualitätsgarantie Insgesamt sind auf Silk Road 120.000 Bewertungen eingegangen Und wenn 5 Punkte die Bestnote sind, dann findet man hier durchgängig 4,9 Punkte Doch diese Zeiten sind vorbei Im November 2014 meldeten Medien weltweit das Ende von Silk Road 2.0 Der Vorwurf lautet auf Verschwörung zu Drogenhandel und Geldwäsche Der 26-jährige Blake B., der früher bei der privaten Raumfahrtfirma SpaceX gearbeitet hat Ist nach Erkenntnissen des amerikanischen FBI Betreiber der Plattform Silk Road 2.0 Eine erste Version des Online-Handelsplatzes hatten die US-Behörden im vorigen Herbst abgeschaltet Nur wenige Wochen später war eine fast identische Kopie davon online gegangen Die Plattform finanziert sich über das Einbehalten einer Provision Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren auf Silk Road 2.0 mehr als 100.000 Nutzer aktiv Im Hidden Wiki-Verzeichnis findet sich immer noch ein Link zu Silk Road 2.0 Doch wer darauf klickt, öffnet bloß eine Seite mit der Erklärung Diese Seite ist beschlagnahmt worden Leuchtend umrahmt von den Siegeln verschiedener US-amerikanischer Behörden wie FBI und Homeland Security Silk Road startete 2011 Dahinter steckte zunächst jener Dread Pirate Robert, von dem wir anfangs gehört haben Und der heute im Gefängnis sitzt Am Ende ist er von Mitstreitern aus dem Dark Web erpresst worden Und soll versucht haben, sich der Erpresser durch Auftragskiller zu entledigen Sofort nachdem Dread Pirate Robert aufgeflogen war, formierte sich Silk Road 2.0 Und ebenso unmittelbar wurde Silk Road 2.0 auch wieder Ziel massiver polizeilicher Ermittlungen Jamie Bartlett ist bei seinen Recherchen noch zu einer anderen einigermaßen verblüffenden Einsicht gekommen Nachdem es ihm wie auch immer gelungen war, zu einigen der Drogenhändler von Silk Road persönlichen Kontakt aufzunehmen Das ist eine unglaublich interessante Gruppe von Menschen Die sind aus ganz unterschiedlichen Gründen so engagiert, diesen Online-Markt zu betreiben Für viele geht es da um mehr als Drogen Die verstehen sich als eine Art digitale Front Natürlich gibt es da auch jede Menge Leute, die wollen bloß Kohle machen Aber die Leute dahinter, die sehen sich als Teil einer sozialen Revolution Und in gewisser Weise könnte man sagen, das stimmt ja auch Dieser Markt funktioniert sehr, sehr gut Und funktioniert auch weiter sehr gut Es gibt zahlreiche Foren, wo man sich erkundigen kann, welcher Händler vertrauenswürdig ist und welcher nicht Bezahlt wird mit der Internetwährung Bitcoin Markus Hartmann Von der Grundanlage des Systems ist Bitcoin ja höchst transparent Denn jede Transaktion, die bei Bitcoin passiert, landet in der sogenannten Blockchain Einem allgemeinen, wenn man so will, Verzeichnis aller weltweit stattfindenden Transaktionen Man könnte also theoretisch sagen, wir können jede Transaktion in der Blockchain des Bitcoin-Systems nachvollziehen Wir wissen damit aber immer noch nicht, wer sind die jeweiligen Betreiber und Empfänger Weil die ja nur unter kryptografisch verschlüsselten entsprechenden Handles arbeiten Es geht im Darknet auch schnell um sehr viel Geld Drogen sind ein Feld Aber es gibt auch andere Bereiche Da dürfte der Community-Geruch, den Jamie Bartlett bemerkt zu haben glaubt Eine sehr viel kleinere Rolle spielen Etwa das Bankenviertel Auf dem Plastikmarktplatz besteht die Wahl nicht nur zwischen gestohlenen, gefälschten oder geklonten Kreditkarten Falschgeld oder Paypal-Konten Man kann auch die Länder wählen, wo die Konten geplündert werden sollen Für Deutschland gibt es gerade ein paar ganz interessante Angebote Visa-Karte von der Commerzbank Guthaben auf dem Konto 1245 Euro Kostenpunkt 0,67 Bitcoins Entspricht zur Zeit etwa gut 200 Euro Deutsche Bank 11 Visa-Kreditkarten Kontoguthaben zusammen ca. 31.000 Euro Für 9,25 Bitcoins knapp 3000 Euro In Sachen Geldwäsche gibt es im Moment nur 5 Anbieter Aber da fließen in der Regel auch ziemlich hohe Beträge Was braucht ein dunkles Herz denn noch so? Wäre vielleicht nicht schlecht, ein paar gefälschte Papiere zu haben, für den Fall, dass man mal eilig verschwinden muss US-Pass Personalausweis und Führerschein Alles zusammen 2000 Euro New Life Identity Führerscheine aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Litauen und Polen Pässe weltweit Expresslieferung South United States Citizenship Werde ein echter US-Bürger Verkaufen Einbürgerung Ich mache alles für Geld Bin doch keine Muschi Wenn Sie irgendein Geschäft oder die Existenzgrundlage von jemandem zerstören wollen, ich bin der Richtige Ein paar Beispiele Einfaches technisches Hacken kann eine Website schon ganz schön verwüsten Netzwerke, durch die das Angriffe lahmlegen Wirtschaftsspionage Private Auskünfte über Personen Ihre Feinde ruinieren Egal ob Geschäftsmann oder Privatperson Wen immer Sie nicht leiden können, den erledige ich Ich zerstöre sein Geschäft oder sorge dafür, dass er verhaftet wird Ganz wie Sie wünschen Wollen Sie jemand als Kinderpornofreund outen? Kein Problem So preist Rent-A-Hacker auf seiner Seite unerschrocken seine schrecklichen Talente an Damit ist man schon in der gemischtwaren Abteilung des Dark Web angekommen Dienstleistungen aller Art Bei der Assassins Community, dem Mörderbüro, muss man sich anmelden Genauso wie für die Angebote für Kinderpornografie, Boys Wits, Girls Hub und so weiter Um die Anonymität kreisen ein paar Geschichten Eines dieser Narrative besagt, Anonymität ermöglicht Kriminalität Dann hören wir von solchen Sachen wie Silk Road zum Beispiel Ist das furchtbar? Man kann im Internet Illegales tun Aber das Internet kann auch nur die menschliche Gesellschaft widerspiegeln Und manchmal geht es da eben kriminell zu Jake Applebaum trifft den Nagel mal wieder auf den Kopf Ohne Zweifel haben sich in dem von ihm und seinen Mitstreitern raffiniert programmierten Netzwerk Kriminelle Agenturen eingerichtet Allein nichts, was im Dark Web angeboten wird, gibt es nicht auch in der analogen Oberwelt Mit anderen Worten, das Tor-Netzwerk bringt diese Kriminalität nicht hervor Sondern bietet ihr nur bestimmte Vertriebsformen Und man muss auch klar sagen, dass zumindest deutsche Strafverfolgungsbehörden das genauso sehen Markus Hartmann Tor betrachten wir als Strafverfolger als eine technische Besonderheit Die im Rahmen von Ermittlungen teils durchaus ansprechende und große Herausforderungen für Ermittlungserfolge stellt Grundsätzlich gilt es aber zu sagen, dass Tor als solches nur ein Medium, eine besondere Form des Mediums Internet ist Und nicht als solches kriminell oder kriminalisierenswert ist Sondern in den Ausprägungen, in den einzelnen Nutzungen, also auf den konkreten Einzelfall bezogen Schwierigkeiten in der Ermittlung macht Tor ist, wie Sie wissen, eine der technischen Möglichkeiten, wie man sich im Internet anonym oder vermeintlich anonym bewegen kann Das wird natürlich wegen dieser Eigenschaft von Straftätern gerne genutzt, um die Spuren ihrer Tatbegehung im Internet zu verschleiern Die Kriminalität ist ein Problem Die kriminelle Überwachung das andere Wer Tor benutzt, ist auf der Flucht vor Überwachung In China, Germany, France, Russia, Singapore, Italy and the United States You are trying to ward off the virus of liberty by erecting guard posts at the frontiers of Cyberspace Ungeheure Überwachungsapparate belauschen jeden unserer Schritte Komplexe und enorm leistungsfähige Systeme sammeln sämtliche Daten, die wir pausenlos erzeugen Michael George Sie sehen, auf der einen Seite ist der Wunsch nach Tor-Netzwerken, nach Anonymisierung, nach Verschlüsselung Und auf der anderen Seite verwandeln wir uns selbst, indem wir unsere Handys mit uns rumtragen Variable Devices, wie Fitbit oder Withings oder wie sie alle heißen Wir implementieren uns Herzschrittmacher als IP-Adressen Wir fahren Fahrzeuge, die mit dem Internet verbunden sind Wir vernetzen unsere Häuser, die automatisch merken, wenn die Fahrzeuge nach Hause kommen Also wir generieren Daten Ich glaube, es ist eine Mehr anzunehmen, dass es so etwas wie Privatsphäre im Internet derzeit wirklich gibt Nichts liegt den Mächten im großen, irren Cyberspiel ferne Und sie können sich auf die schiere Dämlichkeit der Milliarden User verlassen Die man mit ihren digitalen Spielzeugen als Schäfchen einer komplett überwachten Herde mästet Und sie kriegen uns, denn wir sind allesamt einsam, bedürftig, gekränkt und wild entschlossen An jede noch so jämmerliche Imitation von Zugehörigkeit zu glauben, die sie uns andrehen wollen Man spielt mit uns, aber die Karten sind gezinkt Und das Spiel ist erst vorbei, wenn das Internet, das Echte, der Traum, das Versprechen zerstört ist Thomas Pynchon, Bleeding Edge Vielen Dank